Wenn 10.000 Namen und Ängste in dir keine Antworten haben, dann geht's dir wie mir. 10.000 Fragen, doch ich weiß genau, bei dir geben wir niemals die Antworten auf. Doch draußen ein Leben, die Leute schweigen und reden, über Sorgen und Probleme und so viel Pein. Wir wissen, wir stellen uns drauf und drauf ein, doch sind wir nie ein Reim, wenn wir uns nicht beeilen. Doch 10.000 Fragen und Ängste in dir werden Antworten haben, genau wie wir bei 10.000 Namen einfach bleiben. Wir müssen sie nur hier sehen und zeigen und innen, da drinnen Leute sich besinnen. Worum es denn wirklich geht und was zählt und wir sind dabei und wenn wir uns dran festhalten, am anderen, dann wissen wir, was noch geht. Weil 10.000 Farben und Schönheit noch sind, wir müssen sie sehen, denn wir sind nicht blind. Weil 10.000 Farben einfach noch hier die Antworten haben, weiß nicht auf Papier. Weil 10.000 Farben, die Ängste in dir, den Kopf von Kirch tragen, dann geht's dir wie mir. Weil 10.000 Farben keine Antworten haben, müssen wir sehen. Wir kommen bis dorthin und können immer noch gehen und immer noch weiter. Schlimmer geht's uns weiter, brauchen wir nur einen Begleiter, der uns hält. Wenn die Leute wissen, wenn die Leute wissen, wir müssen nicht, müssen, nicht alles mittun, doch alles verstehen, dann werden wir es auch sehen. Weil 10.000 Farben und Ängste in dir die Antworten tragen, dann geht's dir wie mir. 10.000 Fragen und wir wissen so viel, doch wohin wir müssen, ist manchmal kein Ziel. Denn 10.000 Farben und Schönheit noch sind, wir werden sie sehen, sind wir nicht blind. Weil 10.000 Fragen die Antworten führen, wir müssen sie sehen, dann werden wir uns berührt. Weil 10.000 Farben doch immer zu sehen.